So sieht man übrigens aus, wenn man mitten in seinem Powernap hochschreckt und auf einmal feststellt, weil man sein Handy öffnet, dass die gesamten neuen Infos zu neuen Season Online ist und ich hab gepennt. Ja, also wundert euch nicht, warum ich so aussehe. Ich hab nicht geweint oder so. Ich hab einfach nur geschlafen. Ich wollte einfach nur schlafen. Aber ich bin doch selber schuld. Dienstag, 19 Uhr, gibt's eigentlich immer neue Informationen. Anyway, Leute, wir haben tons of new information about the new coming seasons an Valentinstag. Nächste Woche Montag, 14. Februar. Ja, wir haben die Roadmap, wir haben Patchnotes, neuer Content ohne Ende und das werden wir uns jetzt reinziehen. Ich werde euch das versuchen, so schnell wie möglich alles klar zu machen und zu erklären. Die unnötigen Sachen werden wir überspringen. Wir werden uns jetzt kurz die Roadmap angucken und dann ein bisschen die Patchnotes. Ich hab keine Hose an, wollte ich euch kurz mitteilen. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst positive Werte und kosten uns ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, für weitere Informationen, könnt ihr ein Abo da lassen, schreibt in die Kommentare, was ihr von den Änderungen haltet. Und über diesen einen Änderungen, hat J-Guard auch schon gesagt, steht nach wie vor jetzt nicht ein FOV für Konsole, der wird nicht kommen, aber ganz, ganz oben steht auf jeden Fall, dass die Bugs gefixt werden, weil sonst bringt der ganze neue Content ja nichts. Alright. So, wir gehen rein. Hier haben wir, ich guck mal ganz kurz, dass ich meine Facecam auf eine andere hierhin packe. Hier haben wir die Roadmap. Ich hab die extra runtergeladen, damit ich hier so reinzoomen kann. Neue Points of Interest, Chemical Factory und Research Labs. Das werden wir uns gleich nochmal reinziehen. Rebirth Reinforced. Rebirth Island Ironshry. Das fand ich schon ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht, wie das, also das hat mir einer, bei Instagram hat mir einer geschrieben, oh mein Gott, Rebirth Island Ironshrys, aber irgendwie komisch, oder? Also, wahrscheinlich dann ohne Redeploy und ich kann, wie ich das umsetze. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde lieber Ironshrys für Caldera haben, aber egal. Caldera Crash und New Vehicle, die Bomber. Und dann haben wir hier noch Search and Deployment Arms Transporters. Da bin ich auch gespannt. Da gibt's gleich in den Patchen uns mehr zu. Redeploy Balloon. Die sind sehr, sehr nice. Portable Decontamination Standings. Grob gesagt, dass man in der Zone keinen Schaden bekommt, wenn man die hinstellt. Das ist auch ein bisschen aus Apex. Die Redeploy Balloons sind auch aus Apex. Und, ähm, ja, so ne, ähm, so ne Nebula, ich wusste gar nicht, dass das Gas einen Namen hat. Ähm, Ammo and Killstreak. Ja, das ist so die, äh, Roadmap. So sieht der ganze Bums hier aus. Hier sieht man schon mal ein paar Skins für die neuen Seasons, oder für die neue Season, wo man wieder sein Geld ausgeben kann. Neue Waffen hier dabei. K, äh, KG M40, ein MG. White Lay, weiß ich grad nicht was, ob das sieht aus wie ne, might be DMR, oder eher. Ice Axe, New Perks. Ich bin sehr gespannt. Rein in die Patch Notes. Hier sind wir doch schon. Wunderbar. Alright, hier haben wir neue Munition quasi. Ähm, so ne Gasmunition. Und der Witz an der Geschichte ist, dass wenn man einen Gegner downed mit dieser Munition, dass man den nicht reviven kann, weil er so eine Gas-Cloud, also eine Gas-Volk um sich herum, ähm, hervorruft. Und du, wenn du versuchst, oder in der Nähe nur bist, und versuchst den, ähm, mate zu reviven, dass du anfängst, die üblichen Symptome zu bekommen, wie wenn du im Gas stehst. Du fängst an zu husten, du verlierst Leben. Interessant. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, also, ich weiß noch nicht, wo der Nachteil ist, weil die machen nicht mehr Schaden. So, das ist das einzige Feature, dass man dann so ne, so ne Pups-Volk um sich herum bildet. Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, hat sich jetzt erst mal ein bisschen komisch angehört. Und dann gibt's hier noch so, ähm, Gasbomben quasi, die man hinlegen kann und die man zünden kann. Und dann gibt's auch ne kleine Gasexplosion. Ähm, ich finde irgendwie alles, was mit so Gasgranaten oder so einer Gasbombe oder so zu tun hat, irgendwie eher lame. Also, das hört sich jetzt nicht nach einem kranken neuen Content an. Ich weiß jetzt auch nicht, also, wirklich Spaß macht das ja auch nicht. Mal schauen, mal schauen, was die da so machen. Ähm, hier steht, ne, Once activated and set down in front of an operator, it will detonate after a fixed countdown and cannot be disarmed or destroyed. Ja, also, du kannst es nicht, du kannst es nicht zerstören. Du musst dann einfach weg davon. Und dann explodiert die und dann, dann kommt da Gas raus. Ja, gut. Ähm, machen wir weiter. Ja, das ist nämlich das Interessante, aber ich glaube, es ist auch überhaupt nicht, es ist auch überhaupt nicht, also, praktisch. Das ist dann, wie gesagt, eine, ein, 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 ein Item, ja, was ein kleines Schild quasi oder eine, eine gewisse Area erzeugt, wo man nicht vom Gas gehittet werden kann. Ja, das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr nice an. Ist auch eine coole Idee, gibt es in Apex halt auch. Ne, dann kannst du kurz in der Zone chillen, dich vielleicht kurz healen oder so, keine Ahnung. Aber, ähm, es ist übrigens ein Field Equipment, ne, also, das kann man halt ganz normal so mitnehmen, wie, äh, eine mobile Deckung. Aber, äh, jeder sieht dich auf der Map. Also, äh, wo steht das denn nochmal? Allowing everyone to see where they are currently activated. Also, jeder sieht das auf der Map. Und das ist ja dann wieder irgendwie ein riesiger Haufen Schweinepisse, weil das die ganze Zeit zu sehen ist ein bisschen, dann ist es ein bisschen overpowered für die Gegner, oder? Also, mal schauen, vielleicht bringt einem das ein bisschen was. Aber, also, auch gerade im Late Game verrätst du deine Positionen, die können auch zerstört werden, wenn da drauf geschossen wird. Äh, vielleicht wird das ja noch in Zukunft geupdatet. Also, die Idee an sich finde ich cool. Ist halt die Frage, ob das so, 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 äh, praktisch ist. Und ob das überhaupt was bringt, wenn du halt dann voll im Late Game deine Position verrätst. Aber die Idee an sich ist nice, die Umsetzung finde ich auch cool. Das sieht so aus, als ob das Feuer irgendwie das Gas verbrennt. Okay, irgendein Schemiker hat sich gerade im Grab umgedreht. Naja, anyway. Alright. Dann haben wir, äh, gepanzerte Fahrzeuge. Yay. Auch in Ordnung. Klingt, ich, ich kling die ganze Zeit ein bisschen sehr ironisch, aber, ähm, ist, also ich finde, viele neue Sachen sind schon ganz cool. Das mit dem Gas gerade war halt einfach so eine, äh, weiß ich nicht, Sache. So wie ich das verstehe, fahren die halt über die Map oder sind auf der Map. Und wenn man die zerstören möchte, dann wird's halt eklig. Aber wenn man sie zerstört, dann bekommt man halt, äh, sehr, sehr, oder sogenannten incredibly valuable items. Ja, ja. Including, in the rarest cases, an intact Nebula-5-Bomb. Wow. Ähm, ähm, bin mal gespannt, wie, wie, wie das sein wird. Also, äh, die droppen auch irgendwie sowohl Minen hinter denen, wenn, wenn man hinter denen herläuft oder so. Bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Ähm, also, hier steht halt, Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann, dann sind die KI gesteuert. Also, die kann man nicht selber fahren. Sondern das sind dann halt so Trucks, die durch die Gegend fahren, die man zerstören kann, wenn man möchte. Ich hoffe, man wird nicht automatisch von denen angegriffen. Ähm, gebe ich jetzt auch eher so eine, so eine, so eine, je nachdem, wie lange es laut ist, die zerstört. Ich will jetzt nicht der, der miese Peter sein. Aber ja, okay. Okay, nehmt mal mit. Ich, ja, nehmt mal mit. Für Loot, äh, vielleicht ganz interessant. Dann kommen wir zu den neuen Points of Interest. Hier, ihr seht, also ihr wisst wahrscheinlich alle, wo das ist, ne. Das ist hinter, hinter, äh, Peak. Da, ähm, die, die Richtung, Richtung, äh, Richtung Norden der Map quasi. Und, das ist jetzt größer geworden, so wie ich das sehe. Can make a factory. Und das, was relativ interessant ist, hier laufen wohl, äh, Soldiers rum. Ja. Hier laufen Soldiers rum, also so wie in Fortnite ein bisschen. Da gibt's ja auch manchmal so Stellen, wo so, ähm, Bots rumlaufen, die man auch töten kann zum Looten. Ich hoffe einfach nur, da müssen wir jetzt auch alle uns die Daumen drücken, dass, ähm, die, dass keine Musik angeht, wenn man die Nähe von diesen Bots ist. Weil in Fortnite kommt, wenn man diese Musik nicht ausstellt, das hab ich tierisch genervt. Also, Point of Interest, sehr, sehr cool. Da hinten, also ich fand's jetzt ein bisschen doof, dass es an der Stelle war, die man schon kannte. Ich hätt's jetzt mehr gefeiert, wenn das ein bisschen weiter, ähm, östlich gewesen wär, wo dieses riesige Loch hinter Peak ist. Ihr wisst wahrscheinlich alle, welche, welches ich meine. Ähm, aber mal schauen, mal schauen, wie das, äh, so wird. Vielleicht gibt's da einen ganz coolen Loot. Und, es ist immerhin, äh, was Neues. Da bin ich gespannt, was, was da so kommt. Hier steht auch, Squats who infiltrate this highly lethal area will walk away with more valuable loot on average. Mal gespannt. Hier steht das nochmal, ne? Including enemy soldiers in Warzone. Sehr, sehr spannend. Underground Chemical Weapon Research Labs ist dann halt auch der gleiche Bums. Bin sehr gespannt, wo das sein wird auf der Map. Und hier steht nochmal, dass es nur einen Eingang gibt. Also, wenn du weißt, dass da einer reingelaufen ist, dann werden die auf jeden Fall durch diesen Eingang wieder rauskommen. Und dann kannst du vielleicht auch irgendwie diese, diese tolle, tolle, äh, Gasbombe da hinsetzen oder so. Keine Ahnung. Äh, kannst dann schön up-aimen. Und, ähm, ja, deswegen bin mal gespannt, wie oft man diesen, diesen Point of Interest nutzen wird. Aber sie sagen hier, dass es dafür aber phänomenal, phänomenalen Loot begibt, ne? Um hier rauszukommen. Äh, ja, dann die berühmten Bomber. Bin ich auch immer noch sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Äh, ich hab den Sinn auch immer noch nicht verstanden. Also, du kannst da mit einen rein irgendwie. Und du kannst da jetzt, äh, By-Stations zerstören. Aber, keine Ahnung. Ich, ich seh noch nicht so ganz, warum das, also, wie krass das jetzt werden wird. Die können auch Loadout-Drops zerstören, sehe ich hier gerade. Aber wie schnell bist du mit nem Bomber unterwegs, dass du irgendwo siehst, wo sich ein Loadout geholt wird, um dann den Loadout zu zerstören. Also, es dauert ja nicht lange, sich ein Loadout zu ziehen. Also, nicht der Drop, sondern, wenn du da hinläufst und dir dann deine Waffe rausziehst. Das ist ja vielleicht ne Sache, ich weiß nicht. Vom Loadout kaufen, bis das ganze Squad ne Waffe hat, wie lange sind das? Das sind ja nicht mehr als 30 Sekunden, oder? Das ist schon, ähm, da ist schon sehr, sehr viel Konjunktiv drin, ein, äh, stehenden Loadout zu zerstören. Es ist natürlich was anderes, wenn die Loadouts von selber jommen. In, das ist ja eh nur in Caldera, fällt mir gerade ein. Das wird nicht ein normaler Battle Royale sein. Dann ist es vielleicht ganz nett, toxisch, über die Map zu fliegen, um die ganzen Loadouts zu zerstören, um Leuten riechst du auf die Nerven zu gehen. Ähm, ja, aber, Also, Bomber fand ich mal auf einmal ein bisschen weirde Änderungen, auf jeden Fall. Ähm, die, die Leben von Flugzeugen und von dem Bomber wurden auch angepasst, sodass man die nochmal ein bisschen leichter fighten kann, mit den, mit diesen, ähm, AA-Guns, ne, mit den Geschützen rund um die Map. Ähm, ja. Ähm, mal schauen, ich will schauen, was ihr dazu sagt. Das ist die Änderung, die ich am allerkrassesten finde, und zwar Redeploy Balloon. Ja, ihr könnt, ähm, mit einem, äh, Balloon, könnt ihr euch da hoch zippen, so ist das in Apex auf jeden Fall, und ganz oben öffnet sich euer Fallschirm, oder ihr könnt euren Fallschirm öffnen und durch die Gegend fliegen. Übertrieben nice. Das ist, also das ist wirklich eine AAA-Änderung. Richtig, richtig, richtig geil. Ja, da muss man nicht mehr so viel laufen und, äh, bla, übel nervig. Die können auch zerstört werden, auch, äh, ne, von dem Bomber wahrscheinlich, und hier steht nochmal, dass man das für ein paar, ähm, also ein bisschen Geld wieder aufblasen kann, quasi, das ist auch ganz cool, wenn die Zone dann kommt. Ich sehe hier gerade, dass das bei Peak ist, das wäre komplett unnötig, wenn da so ein, äh, Balloon steht, aber, äh, die, die Änderung an sich finde ich richtig, richtig, richtig nice. Um die Modis kümmern wir uns, denke ich mal, dann ein anderes Mal, äh, hier ist nochmal Rebirth Iron Trials, bin ich immer noch sehr, sehr gespannt, wie das, äh, laufen wird, und, äh, wie sich das anfühlt, wird zu spielen, ist es auf jeden Fall ein Duo-Modus, äh, 20 Squirts, also 40 Player. Ja, 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 ich weiß nicht, ob Rebirth so der Ort ist für so, für so einen Modus, aber wir werden es sehen, ja. Dann kommt noch Vanguard Multiplayer, hier kommen dann noch die neuen Waffen, ja, so eine Sword Rifle, ah, das war gar kein MG, mein, mein, mein Fehler, KGM, 40 Sword Rifle, beim Launcher 9 Season und ein LMG, okay, das war das LMG und das war die AR, hab ich falschrum gesagt, schade, äh, aber immerhin steht das dann hier, ja, und dann in der Season kommen noch zwei weitere Waffen, ähm, Ice-X, ja, eine Nahkampfwaffe und eine SMG, mitten in der Season, ich bin sehr, sehr gespannt, ich hoffe aber trotz alledem, dass sie das Problem mit den Konsolen fixen, das wäre sehr, sehr wichtig, lasst bloß die Wertung da, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von der Season haltet oder von den Patchnotes, und, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao. Ich könnte chillen in einem Bluff in Berlin, aber warum, ich bleib lieber hier, in einem Loch könnte ich alles verlieren, deshalb bleib ich bei dir, Gumpelta